Kaffeln! Jürgen überlegt! Statt in der Wallen! Gebt ihr doch mal die Gelder ohne Karte! Versteh ich nicht, ehrlich. Geht mir ruhig! MANN! Ohoho! Hey! Wunder mit dem! Jetzt ist er fällig! Von hinten rein! Muss er fällig sein! Von hinten rein! Von hinten rein! Wunder mit dem da! Das ist jetzt wirklich eine Frau, halt! Das geht rot hinterher! Wunder mit dem da! Wunder mit dem da! Was ist das denn? Du bist von hinten rein! Das ist jetzt schon wieder auf die Flügel! Wunder mit dem da! Wunder mit dem da! Das geht doch nicht da! Wunder von der Flügel! Was ist das denn? Wunder? Das kann man nicht sehen! Der Trina war ja wieder was irgendwie... Ah, penetrant nervig, ne? Der Zehner, du, penetrant, ja! Was? 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 Nein, nein, nein! Kein, kein Mal... Nein, sind die bei der Sche...